Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind bei der Körperberechnung. Ihr seht es hier schon, heute geht es um den Kegel und heute wollen wir den Radius aus dem Volumen berechnen. Also, wir brauchen für unser Beispiel eine Volumenangabe und das sind jetzt mal 183,26 Kubikzentimeter. Die Höhe des Körpers in unserem Beispiel sind sieben Zentimeter, also von hier bis hier oben und gesucht ist hier der Radius der Grundfläche. Alles klar, gut. Jetzt brauchen wir eine Formel und das ist erstmal einfach. Das Ganze ist ein Spitzkörper. Bei den Spitzkörpern ist es immer die gleiche Formel. Also, das Volumen ist gleich ein Drittel mal g mal h. Also, ein Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe des Körpers. So, das ist einfach und jetzt müssen wir für die Grundfläche, in unserem Fall hier einen Kreis, noch die Kreisflächenformel einrechnen. Also, es ist ein Drittel mal Pi mal r Quadrat, weil das ist ja der Kreis und das Ganze mal die Höhe des Körpers. Das ist unsere Formel. Okay, gut. Also, haben wir jetzt V ist gleich ein Drittel mal Pi mal r Quadrat mal hk. So, wir suchen den Radius. Ich mache hier immer so ein Häkchen. Das heißt, alles, was wir hier noch über haben, brauchen wir nicht. Das heißt, wir rechnen hier mal 3, weil hier ja ein Drittel steht, damit sich das auflöst. Dann ist das weg. Dann rechnen wir geteilt durch Pi, weil hier mal steht oder man kann da ein mal hinschreiben und geteilt durch die Höhe des Körpers. So, da das hier eine Gleichung ist, steht jetzt auf dieser Seite Volumen mal 3. Seht ihr das? Und dann geteilt durch Pi mal hk. Höhe des Körpers, weil hier geteilt und da geteilt. Und das Ganze ist r Quadrat. So, jetzt wollen wir aber gar nicht r Quadrat ausrechnen, sondern nur den Radius. Also müssen wir hiervon jetzt noch die Wurzel ziehen. So, und dann haben wir es. Die Wurzel aus dem Volumen mal 3 geteilt durch Pi mal hk. Das ist der Radius. So, okay. Und jetzt müssen wir nur noch einsetzen. Formel ist fertig umgestellt. Also auf geht's. Die Wurzel aus 183,26 Kubikzentimeter mal 3, das ist das, was oben steht. Ich verlängere es hier noch ein bisschen. Geteilt durch Pi und jetzt Höhe einsetzen mal 7 Zentimeter. So, jetzt noch kurz zur Maßeinheit. Hier oben steht Zentimeter hoch 3. Geteilt durch Zentimeter macht Zentimeter hoch 2. Die Wurzel aus Zentimeter hoch 2 macht Zentimeter. So, den Rest macht der Taschenrechner. Also, Wurzel mit einem Bruch 183,26 mal 3 und das Ganze geteilt durch Pi mal 7. Einmal kontrollieren. So, 183,26 mal 3 Pi mal 7. Jawohl. Und da kommt raus 5,00 wohlgemerkt gerundet. Und dann sind das bei uns hier 5,00 Zentimeter oder eben 5 Zentimeter. Ich habe meinen Taschenrechner voreingestellt, dass er auf zwei Stellen nach einem Komma rundet. Möglicherweise müsst ihr das noch einstellen. Also, erste Aufgabe ist fertig und der gesuchte Radius in unserem ersten Beispiel sind 5 Zentimeter oder eben gerundet 5 Zentimeter. So funktioniert das Ganze. Und jetzt machen wir ein zweites Beispiel. So, zweite Aufgabe. Das Volumen sind 376,99 Kubikzentimeter. Höhe ist dieses Mal 10 Zentimeter, also die Höhe des Körpers und der Radius, der ist gesucht. So, okay. Wir brauchen wieder die Formel. Das Ganze ist ein Spitzkörper. Also, erst mal wieder das Volumen ist gleich ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Übrigens, das ist auch die Formel für die Pyramide. Naja, egal. So, wir wollen rechnen. Alles klar. Als erstes wieder, was ist die Grundfläche? Die Grundfläche ist ein Kreis. Also gilt die Formel V ist gleich ein Drittel mal Pi mal R Quadrat. Das ist der Kreis mal HK, die Höhe des Körpers oder die Höhe. Das ist unterschiedlich. So, Formel umstellen. Wir wollen ja nur R ausrechnen. Das heißt, mal 3 geteilt durch Pi und geteilt durch HK. Dann ist das Volumen mal 3 geteilt durch Pi mal HK gleich R Quadrat. Daraus müssen wir noch die Wurzel ziehen. So, die Wurzel. Und dann wissen wir jetzt das, was wir brauchen. Die Wurzel aus dem Volumen mal 3 geteilt durch Pi mal HK. HK. Das ist der Radius. Wunderbar. Der Rest ist nur noch einsetzen. Die Wurzel aus 376,99 Kubikzentimeter mal 3 geteilt durch Pi mal 10 Zentimeter. Das ist unsere Lösung. Wir sehen schon wieder Zentimeter hoch 2 Quadratzentimeter. Daraus die Wurzel ist Zentimeter, wie gerade eben. Und den Rest macht jetzt der Taschenrechner. So, wie kann man das eintippen? Wenn ihr diesen Taschenrechner habt, dann ist das ganz einfach. Sonst gebt ihr erst das im Bruch ein und zieht hinterher die Wurzel. Das geht auch. So, das Ganze mal 3 und geteilt durch Pi mal 10. So, einmal kontrollieren. Jawohl. Und da kommt raus 6 Zentimeter. Wieder gerundet auf zwei Stellen nach dem Komma. So, zweimal unterstreichen. Und dann haben wir die zweite Aufgabe auch geschafft. Der Radius sind 6 Zentimeter. Ein letztes Beispiel machen wir noch. So, dieses Mal haben wir ein Volumen von 301,59 Kubikzentimeter. Die Höhe des Körpers sind 8 Zentimeter. Und wir sollen wieder den Radius brechen. So, es geht wieder los. Als erstes ist es wieder ein Spitzkörper. Also ist das Volumen gleich ein Drittel mal G mal HK. Dann ist die Grundfläche ein Kreis. Kennen wir jetzt auch schon. Volumen ist gleich ein Drittel Pi mal R² mal HK. Und wir stellen jetzt im Schnellformat die Formel um. Also mal 3 geteilt durch Pi, geteilt durch HK und die Wurzel. Also, die Wurzel aus dem Volumen mal 3 geteilt durch Pi mal HK. Das ist R. So, ging jetzt sehr schnell. Aber ihr könnt ja nochmal zurückspulen. Da erkläre ich das ausführlich. So, im letzten Schritt muss man das Ganze nur noch entsprechend einfügen. Also 301,59 Kubikzentimeter mal 3. Und das Ganze geteilt durch Pi mal 8 Zentimeter. So, da kommt wieder Zentimeter raus. Klar. So, und den Rest macht der Taschenrechner. Also, auf geht's. Die Wurzel aus 301,59 mal 3 geteilt durch Pi mal 8. Und da kommt raus 6. Das sind 6 Zentimeter oder 6,00 ist geschenkt. So, zweimal unterstreichen. Und die Lösung sind 6 Zentimeter. Übrigens, lasst euch nicht verunsichern. Manchmal wird auch nach dem Durchmesser gefragt. Aber da lasst ihr euch ja nicht schocken. Ihr wisst ja, der Durchmesser ist zweimal der Radius. Also, 12 Zentimeter. Aber achtet drauf. Okay. Ihr habt jetzt gesehen, wie man den Radius oder den Durchmesser aus dem Volumen eines Kegels brechen kann. Das machen wir mit der Umstellung der Formel. Okay? Das war's. Das machen wir mit der Umstellung des Kegels. Das machen wir mit der Umstellung des Kegels.